Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir, Kinderspielzeuge. Heute zeige ich euch von My Little Pony Pop den Pinkie Pie Style Kit. Das Spielzeug war bei dem Nerd Blog dabei, das hatte ich euch in einem vorangegangenen Video schon gezeigt. Hergestellt wurde das Spielzeug von Hasbro und ist geeignet für Kinder ab vier Jahren. Mit dem Set kann man sein eigenes Pony kreieren. Da bin ich mal gespannt drauf. Ich würde sagen, wir packen das jetzt einfach mal aus und schauen es uns genauer an. So, jetzt habe ich den Pinkie Pie Style Kit zum größten Teil ausgepackt. Hier müsste man dann noch die einzelnen Ponys rauslösen. Die sind hier in diesem Gitter eingesetzt. Also einfach herausdrücken. Das ist jetzt entweder die Vorder- oder Rückseite, das kann man sich aussuchen. Ist eigentlich vollkommen egal, weil die Ponys von beiden Seiten gleich aussehen. Dann kann man die beiden zusammensetzen. Obwohl, ich sehe gerade, hier ist noch so eine kleine pinke Mähne. Achso, die kann man dann hier oben reinsetzen. Also können wir es doch schon zudrücken. Dann können wir hier oben die Mähne einsetzen oder das auch als Schweif benutzen, sehe ich gerade. Hier haben wir dann noch... Das sieht fast aus wie eine Perücke, könnte aber genauso der Schweif sein. Also das schauen wir uns gleich mal genauer an. Hier noch eine weitere Option für die Mähne. Dann haben wir hier noch eine Decke oder auch ein Röckchen. Da ist schon das erste Teil verloren gegangen. Hier haben wir einen Hut. Und zu dem Hut gehört jetzt noch diese Schleife hier. Den kann man dann mit diesem Gummiband an dem Pony befestigen. Hier seht ihr jetzt nochmal alle Teile, die dabei gewesen sind. Und jetzt fangen wir auch mal an, unser Pony Pinkie Pie anzukleiden. Ich nehme jetzt mal diese pinke Perücke hier. Und setze sie unserem Pony auf. Und so hat Pinkie Pie schon eine richtig schöne pinke Mähne. Hier hinten können wir dann noch den Schweif anbringen. Und hier an der Seite noch so eine Locke. Die könnte man aber auch, wenn man will, hier hinten reinsetzen. Aber ich denke, ich bleibe bei dieser Variante. Das ist jetzt unser erstes Outfit mit pinker Mähne und pinkem Schweif. Und wenn man möchte, kann man jetzt noch ihr Outfit verändern, indem man einfach diesen Rock hier ansetzt. Oder auch eine Decke. Dann setzen wir ihr diesen Hut hier auf. Und machen ihr diesen pinken Schweif hier dran. Und das wäre dann das zweite Outfit. Das Outfit hat mir insgesamt besser gefallen. Deswegen bleibt jetzt unser Pinkie Pie Pony in diesem Outfit. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir doch einen Daumen hoch. Hinterlasst mir einen netten Kommentar. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss.